in einem abtreibenden boot zu sitzen ja fuck, 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 fuck oh, davor ist doch äh ja, auf die Bresse ich brauch noch ein paar Arme da auf die Bresse geht geht vielleicht sind das hungrige Krokodile, aber wenigstens lächeln sie ha 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 oh fuck oh fuck ja 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 ach so hey oh fuck äh haben wir noch ein Armband ah ah äh ich brauch ein Armband ich glaub ich hab S3 ach 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 ja ja mehr okay ach du kannst ja nicht wirklich haargenau da hin machen das ist doch jetzt ist doch hier wird volle Ladung überbaut ja das ist was wertvolleres es sind zig Armbänder ja äh äh da ach nein 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 eins noch bitte spawn noch eins oder so oder so oh fuck hat nix gebracht äh ach da noch eins das müssen wir aber jetzt holen du hast wohl ein Auge auf diese glänzenden Finger geworfen du hast wohl ein Auge auf diese glänzenden Finger geworfen du hast wohl ein Auge auf diese glänzenden Finger geworfen ja ja wir haben es geschafft ich muss mich aber auch hart konzentrieren um das hinzukriegen noch ganz kurz was gucken ok sieht so aus boah ey das war scheiße halt da haben ja sehen wir vielleicht finden wir heute Winnie Pooh Winnie Pooh war doch Disney und Winnie Pooh müsste ja auch da sein ne ja wah oh ja ich will noch mehr finden das vergesst nicht die drei reiten kumpel zu bringen mogli lässt sich immer noch nicht blicken hey aber vielleicht hast du mir zeigen was du gelernt hast das wird mich aufmuntern mathe bleibt nicht so lange weg beeindruckt bei nur mit deinem zauberstab okay oh Oh, wie süß. Ja. Noch was? Okay, warte, 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 warte. Oh. Was? Was? Ah, ah, ah. Wie süß. Du musst ausgezeichnete Arbeit geleistet haben, denn was Leid ihr hat etwas mit dich. Ich finde diesen Ort höchst erstaunlich und ich war in der Wunderhöhle. Ich bin schneller als alle Wachen von Agrabah und doppelt so schlau. Ich würde dich hier mitnehmen, aber leider hat sich der Teppich ein paar Fransen gebrochen. Okay. Machen wir jetzt erstmal Balou? Hallo du. Hallo du. Hier ist Balou. Hohoho, Wahnsinn, du hast Talent, das muss man dir lassen. Ich weiß, was wir als nächstes machen. Tanzt mit mir, Menschenkind, na los. Ja, ja, blööö. Oh, du hast echt Rhythmus im Blut. Yeah. Hu, 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 hu. Oh, danke, Menschenkind. Ich fühle mich so leichtfüßig. Ich möchte dir das hier geben. Oh, wo war ich? Ähm, ja. Hm, okay. Also, ich möchte dir das geben. Also, hier, nimm es. Ah, oh, ja. Ähm. Ciao. Bleib nicht so lange weg. Oh, wir haben einen Anstecker. Tja. Jetzt machen wir das hier. Bisher sei heute das ganze Königreich unterwegs. Meine Armbänder, du hast sie gefunden. Oh, danke. Heute Abend auf dem königlichen Fest wird getanzt. Und ich will mein Bestes geben. Hilfst du mir beim Üben? Ich habe auch königliche Gewänder für dich. Hä? Hä? Das ist sehr königlich. Okay. Ja, genau. Ich wusste, wir schaffen das. Hä? Hä? Das macht Spaß, oder? Komm, machen wir weiter. Hätte ich irgendwas machen sollen? Das machst du so gut, wie schnell du lernst. Hä? Das war so nett von dir. Ohne dich hätte ich meine schönen Kleider nicht. Und könnte nicht tanzen. Ich kann das königliche Fest kaum erwarten. Hä? Bis bald. Tschüss. Hey, jetzt sehe ich aus wie so... Was willst du von mir? Bist du bereit für ein Abenteuer? Genie hat mir von einem zerbrochenen Stein Skarabeus berichtet, der zu einem Schatz führen soll. Wenn du alle Teile findest und zu Genie bringst, kann er dir sicherlich weiterhelfen. Okay. Viel Glück weiterhin bei der Suche nach den Skarabeus teilen. Bis bald. Ich würde aber ganz gern... Egal, was kommt. Nein. Ich will... Warte mal. Parkkarte. Können wir ja irgendwie... Kriter Country... Abenteuer... Tomorrowland... Tomorrowland? Fantasia oder was? Wollen wir mal... Ähm... Also, wir sind ja, glaube ich... Sind wir hier? Ne, wir sind hier. Okay, sorry. New Orleans Square... Da waren wir bestimmt auch schon. Mickey's Toontown. Ähm... Main Street. Wollen wir mal da hin, vielleicht. Achso, das ist da. Äh... Was ist das denn? Was habe ich hier? Oh, Donald will was für mich... Äh, von mir. Okay, okay. Wir müssen zu Donald. Es sind einige stehen... ... in den Münzen. Ja, die Münzen, die fliegen mir voll ins Gesicht, Digga. Digga! Okay, warte mal. Okay, warte mal. No. Ist das hier... Mickey Mouse? Mickey? Mickey Mouse Town. Mein Mann will was von mir, wo ist er denn? Sag mal, hast du schon ein Foto mit Goofy gemacht? Eigentlich schon, oder nicht? Warte mal. Das hat mich aber auch... ... Helle, die, die. Hat jemand meinen Freund Mickey gesehen? Es macht Spaß, Goofy zu sein, oder? Ja! Oh, 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 oh! Hahaha. Oh, diesen komischen, ekelhaften Kostüm. Warte mal, kann ich das... Kann ich das nicht ändern? Heute sind sehr viele Familien hier. Ich habe diese alte Wassersprache vergesst. Probier's hier mal aus. Aber nicht ein Bier. Danke. Danke, Liebster. Danke, Kimmelze. Was war eine tolle Unverarbeitung? Danke. Geh mal, vielleicht noch einmal tanzen. Ah! Meine Blüte, du bist so kassler! Du mein Lärter, dich gerade so hässlich aussehen. Ich habe ein komisches Prinzess in den Dingen, was du in der Saga hast. Was ist das? Eine Wasserpistole! Ich bin wieder Kind. Hier ist wirklich der glücklichste Ort. Das ist ein Riesenspaß. Heb die Hand und zeige darauf. Was ist das denn hier? Hä? Was ist das? Das ist die Land. Achso. Ah. Warte mal ganz kurz. Ähm, heb die Hand. Woran wartest du? Wasser Marsch und los! Haha! Ah! Ah! Ich bin mal. Nichts wie los! Suche nach Schmetterlingen. Sie zeigen uns, was wir nass spritzen können. Wow! Was? Und neun! Schmetterlinge? Ich kass jetzt mein Kass da auf! Schmetterlinge. Schmetterlinge. Sie strecke einfach einen Arm aus, so wie ich. Auf. Zielen. Und los geht's! Hä? Achso. Zielen. Und los geht's! Äh, es will nicht. Es will nicht! Wow! Seht euch das an! Oh! Die Blumen sehen jetzt noch schöner aus! Achso. Ich dachte da oben. Wow. Hallo allerseits! Ich hoffe, ihr abonniert euch! Haha! Hä? Kannst du mal? Hallo? Die Blumen sehen jetzt noch schöner aus! Hm. Geil. Ja. Hä? Blumen gießen. Toll. Ich dachte, ich könnte irgendwas abschießen. Es will noch nicht mal richtig! Hä? 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 Was ist das denn hier? Ein Brunnen. Weißt du was? Ihr könnt mich alle mal. So. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Ähm. Okay. Geh mal. Ah! Ha! Oh! Was ist denn hier los? Ey! Ich hab doch mal gedrückt! Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Ähm. Ähm. Da geht's schon nicht raus. So. Wo möchte ich denn jetzt hin? Ähm. Oh. Fuck. Ähm. Bitte zurück. Ähm. In die Parkkarte. So. Also. Was ist Tomorrowland? Ey, da waren wir nicht. Da waren wir nicht. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Los. Wir gehen jetzt zu Tomorrowland. Ist Winnie Pooh gar nicht dabei? Ist Winnie Pooh Disney? Wer bist du? Was willst du? Hallo, junge Bürgerin. Du bist jetzt Star Command Kadettin unter Leitung von Buzz Lightyear. Du kommst gerade rechtzeitig. Der böse Imperator Zurg wurde in diesen Quadranten gesichtet. Ich wurde von Star Command ermächtigt, Schutzbewaffnung an die fähigsten Kadetten dieses Systems auszuteilen. Gratulation. Du gehörst dazu. Behandle deinen Blaster mit Respekt. Ist eine mächtige Waffe, aber für Kadetten wie dich mit Sicherheitssensoren ausgestattet. Dein Blaster wird nur in genehmigten Bereichen und auf genehmigte Ziele feuern. Die Sicherung wird entsperrt, wenn du deinen Blaster ziehst. Dann musst du nur noch zielen und feuern. Denk dran. Space Ranger setzen solche Waffen nur in extreme Notfällen ein. Extrem, Digga. Denk dran, Kadetten. Benutze deinen kosmischen Blaster weise und respektiere die Bürger, die du zu schützen geschworen hast. Exzellente Arbeit. Du bist bereit für die nächste Trainingsstufe. Testen wir deine Reflexe und verbessern deine Ausdauer. Mal sehen, wie weit du schon bist. Folge mir, Kadettin. Was? Hervorragend, Kadettin. Ich muss nix machen. Ich muss nix machen. Gut gemacht. Was soll das denn? Also irgendwie ist hab ich mir grad... Das Spiel hat einen Fehler. Das Spiel hat einen Fehler. Sehr gut, Kadettin. Sehr vielversprechend. Das Space Ranger Corps wird stolz sein, dich als Mitglied zu haben. Da du jetzt den harten körperlichen Trainingstest bestanden hast, musst du eine Space Ranger Uniform bekommen. Dies ist sicher ein emotionaler Moment für dich. Aber versuche bitte ruhig zu bleiben. Ich hab hier grad ein Tränchen. Okay. Okay. Wir sind Space Ranger. Oh nein. Okay, warte mal. Bevor wir das jetzt machen... Und vergiss nicht, dir deine Space Ranger Uniform zu besorgen, Kadettin. Bis dann. Bereit, die Welt zu retten? Das machen wir. Ja. Das machen wir jetzt auch. Wir holen uns jetzt ein krasses Outfit. Oder? Oh, Entschuldigung. Let's go. Weil ich dieses Outfit, was ich gerade anhabe, total furchtbar finde. Ich muss auflösen. Hey, schau her, ich habe eine Eingabe. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich möchte hier erstmal Dinge tun. Willkommen beim Star Trader. Wir haben jede Menge Kostüme auf Lager. Lasst ihr nur Zeit. Das sieht ja cool aus hier. Das sieht ja cool aus hier. So. Schauen wir mal. Kostüme. Das ist die Space Uniform. Ich will aber nicht wie er aussehen. Wir sind hier keine Zwillinge. Raumanzug ist doch ausbäsig, oder nicht? Hä? Was soll das denn? Oh, ich will doch so aussehen. Du hast einen ausgeprägten Sinn für Mode. Ja, Mann. Ja. Da oben. Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Ja. So, ich zeige es ihm. Ich warte, warte. Hey, diese Wasserpistole? Die wäre jetzt gut. Machen wir nur. Warte mal die Klappe. Ich muss mich willkommen, Rekrutin. Ich weiß, du wirst den Beitritt zur Star Command nicht bereuen. Zu unserem ersten Auftrag. Wir haben Aufklärungsmissionen mit unseren außerirdischen Verbündeten durchgeführt. Leider ging etwas bei der Übermittlung ihrer Fotos schief. Du musst die unscharfen Bilder neu aufnehmen. Das war eine große Beobachtungsgabe. Also halt die Augen offen. Wollen wir jetzt mal... Machen wir Dinge? Elegant bewegt man sich so wie der Wind. Yeah. Zur Hölle, was? Umarmig. Es ist mir eine Ehre, dein offizielles Zentralregister zu signieren. Upsi. Nice. Bitte, die offizielle Unterschrift von Buzz Lightyear. Nice. Toy Story. Oh. Zuneigung zur Kenntnis genommen. Das war ja mal hart süß. Alles Gute, Kadettin. Und vergiss nicht, die wertvolle Aufklärungsarbeit fortzuführen. Das wäre dann alles. Mein Kommunikator muss geladen werden. Ich frage mich, ob das Netzteil von Star Command mit der örtlichen Energiequelle kompatibel ist. Okay, ähm... Im Sommer. Ich frage mich. Oh.